Hey ho, eure Wünsche sind mir wichtig. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donov204, aber ja, eure Wünsche sind mir wichtig und deswegen machen wir eine Tutorial-Wunschliste. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder hat einen Wunsch, den ihr hier unten jetzt in die Kommentare schreiben könnt. Bitte jeder nur ein Kommentar und jeder nur ein Wunsch. Ihr solltet andere Wünsche liken, damit ich weiß, was gemocht wird und was nicht. Die mit den meisten Likes werde ich bevorzugen. Also ihr schreibt einen eigenen Wunsch rein und liked die anderen, die ihr mögt. Am besten ihr schaut dann nochmal später nochmal rein in die Wunschliste. Ich entscheide allerdings, welche Tutorials ich mache. Das heißt, ich mache nicht unbedingt das meistgelikete. Das entscheide ich je nachdem, was ich am Ende gut finde. Aber wie gesagt, die meistgeliketen werde ich bevorzugen. Nicht alles kann live gezeigt werden. Also das heißt, ich kann nicht alles in den Live-Tutorial-Streams zeigen. Ist natürlich sicherlich angenehm für euch, weil ihr da noch Gegenfragen stellen könnt. Und das ganze Tutorial auch an sich beeinflussen könnt. Durch den Chat macht das für euch natürlich vielleicht Sinn. Vor allem, weil es dann exakt auf eure Wünsche abgestimmt werden kann. Aber manche Sachen sind zu aufwendig für Live-Tutorials und brauchen einfach viel Vorbereitung. Und das mache ich dann natürlich in ganz normalen Tutorials. Gut, fertige Tutorials bekommen Herz von mir. Und ich schreibe in ein Kommentar, auf das Kommentar, dann ein Link, wo ihr das entsprechende Video findet. Beziehungsweise ein Zeitstempel für den Livestream, wo ihr das entsprechende findet. Damit ihr dann auch euer Tutorial finden könnt. Beziehungsweise die schon abgearbeiteten Tutorials der anderen finden könnt. Also kommt einfach dann auf die Wunschliste irgendwann mal wieder zurück. Und schaut einfach mal nach den abgearbeiteten Tutorials mit Herz. Und da findet ihr dann die entsprechenden Videos. Das war's eigentlich. Sollte eigentlich relativ simpel sein. Schreibt einfach euren Wunsch in die Kommentare und liked die anderen. Fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Am besten aber so ausführlich wie möglich schreiben. Nicht, dass ich dann das Ganze missverstehe. Und dann vielleicht gegebenenfalls was Falsches zeige. Das kann live korrigiert werden. Live könnt ihr immer in den Chat schreiben. Hey, so war das gar nicht gemeint. Dann müsst ihr natürlich auch live anwesend sein. Aber gerade bei den Offline-Sachen kann ich das natürlich dann schlecht ändern. Kurzfristig. Das geht dann natürlich nicht. So, das war's. Ende im Gelände. Drei Minuten. Ich denke mal, jeder hat verstanden, worum es geht. Aber jetzt kommt noch mal etwas anderes. Nämlich, wann kommt das nächste Live-Tutorial. Und das ist am 19. September. Aber ich habe noch andere Sachen geplant. Am 18. September wird Among Us gespielt. Mit der Community, mit den Zuschauern zusammen. Also mit euch zusammen. Um 21 Uhr. Am 19. September. Das ist der Sonntag. Diese Woche Sonntag ist ein Live-Tutorial-Stream. Um 21 Uhr. Seid dabei. 19. September. Da werde ich dann die ersten Wünsche von der Liste hier abarbeiten. Aber es wird auch sicherlich noch mal weitere Live-Tutorial-Streams geben, die sich hier auf die Wünsche beziehen. Und wie gesagt, auch Offline-Tutorials. Äh, nicht Offline. Ähm, also doch, die ich dann Offline mache. Aber ihr wisst, was ich meine. Die halt nicht live sind. So. Und am 24. September ist der Start für das Community-Event. Nehmt euch Zeit. Kommt am 24. September abends oder am 25. September in meinen YouTube-Kanal und schaut euch die Ankündigung an. Sehr wichtig. Macht mit bei dem Event. Ihr habt nichts zu verlieren und es gibt Preise zu gewinnen. Okay? Also. Am 24. September lade ich dazu ein Video hoch. Und. Also wenn alles klappt. Und am 25. September ist das Video auf jeden Fall da. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall mal reinschalten. Spätestens am 25. September oder halt am 24. September abends rum. Da werde ich es hochladen. Gut. Soweit das. Schreibt euch das alles auf irgendwo. Ähm. Oder macht ein Screenshot. Oder speichert euch das im Handy irgendwo im Terminkalender. Damit ihr das wisst. Und dann auch anwesend seid in den Livestreams. Und halt auch über das Community-Event Bescheid wisst. So. Und das war's dann wirklich. Also. Schreibt eure Wünsche hier unten rein. Und seid live in den Streams. Das wäre schön. Und lasst ein Like für das Video hier da. Und abonniert das Video, wenn ihr euch freut, dass ich sowas überhaupt mache mit euch. Tschüsseli. 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 Tschüsseli.